Die Shahid-136 wird unter anderem von russischen Streitkräften gegen die Ukraine eingesetzt. Die türkischen Techfirma Robit Technology hat seine neue Kamikaze-Drohne Azab gezeigt. Auf den ersten Bildern wird deutlich, dass die Drohne große Ähnlichkeit zur iranischen Shahid-136 aufweist. Diese wird derzeit von Russland im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt. Die Azab erreicht eine Geschwindigkeit von 278 km pro Stunde und hat ihre ersten Flugtests erfolgreich absolviert. Feuertests sind in Kürze geplant, berichtet Daily Sabah. Die Tests sollen diesen September abgeschlossen werden. Anschließend wird die Drohne in die Massenproduktion gehen. Sie wird in zwei Varianten gebaut, T-150 und T-200. Sie unterscheiden sich in der Flügelspannweite von 1,50 bzw. 2 m. Die Multifunktionsdrohne hat vor allem durch die Delta-Flügel eine deutliche Ähnlichkeit zum iranischen UAV-Unmanet Arial Vehicle. Allerdings ist die Shahid-136 mit 2,2 bzw. 2,5 m größer als die türkische Variante. Laut Robit Technology ist eine 3,5 m große Version der Azab geplant. Die Azab kann verschiedene Munitionsarten laden. Die T-200 kann eine Nutzlast von 15 kg tragen, die T-150 kann 3 kg Munition tragen. Sie lassen sich aus 500 m Entfernung steuern oder fliegen ihr Ziel anhand der eingegebenen GPS an. Die T-200 kann von einem Truck oder einem Container gestattet werden.